Der Energiekonzern Axpo baut die bestehenden Anlagen der Kraftwerke Lindt-Limmern AG aus. Zwischen dem Stausee Limmernboden und dem 600 Meter höher gelegenen Muttsee entsteht das Kernstück des Projektes. Das neue unterirdische Pumpspeicherwerk Limmern. Das neue Werk hat eine Turbinen- und Pumpleistung von je 1000 Megawatt und nutzt den Höhenunterschied zwischen den beiden Seen. Die gesamte Baustelle liegt im Hochgebirge. Über Straße und Schiene erreichbar ist lediglich der Installationsplatz Tierfeth am Ende des Klarner Landes. Ab hier müssen alle benötigten Maschinen, Baumaterialien und Mannschaften per Seilbahn auf den Berg transportiert werden. Da die Kapazitäten beschränkt sind, müssen alle Transporte exakt geplant werden. Von Tierfeth aus wurde der sogenannte Zugangsstollen 1 zu den Kavernen im Innern des Bergs gebaut. Der Stollen ist 4 Kilometer lang und führt direkt in die Maschinenkaverne. Er hat einen Durchmesser von 8 Metern und ermöglicht den Transport der schweren Ausrüstung in die Kavernen. Der Bau der Kavernen begann parallel zum Vortrieb des Zugangsstollens. Die Maschinenkaverne und die Transformatorenkaverne wurden in Phasen von oben nach unten ausgebrochen und gesichert. Mit 150 Metern Länge und 50 Metern Höhe ist die Maschinenkaverne gigantisch. Das gesamte Volumen musste aus solidem Fels gebrochen werden. Einige Bereiche mit maschinellem Ausbruch. Das weitaus meiste mit Sprengstoff. Das gesamte Ausbruchsmaterial muss aus dem Berg gebracht werden. Dazu wird in einem Stollen unterhalb der Kavernen das Gestein gebrochen. Der Großteil des Ausbruchsmaterials wird zum Bau der Stauanlage Mutzee auf den Berg transportiert. Der andere Teil wird in einer unterirdischen Betonfabrik zu Beton für den Ausbau der Kavernen weiterverarbeitet. Anfang 2012 ist der Ausbruch der 50 Meter hohen Maschinenkaverne abgeschlossen. Der Innenausbau kann beginnen. Der Zeitplan ist eng und es wird an vielen Stellen gleichzeitig gearbeitet. In den Fundamenten werden bereits die Saugrohre für die Pumpturbinen montiert. Gleichzeitig werden die Seitenwände betoniert. Das Gewölbe, bisher nur von Fels gehalten, wird so durch einen geschlossenen Ring abgestützt und kann dem Gebirgsdruck standhalten. Ende 2013 ist der Rohbau so weit abgeschlossen, dass man an einigen Stellen bereits vergisst, im Inneren des Bergs zu sein. Jetzt beginnen die Vorbereitungen zur Montage der technischen Einrichtungen. In der Maschinenkaverne werden die zwei definitiven Hallenkrane zusammengebaut. Sie treiben jeweils 200 Tonnen und werden später die schweren Einzelteile der Pumpturbinen und Motorgeneratoren in die Maschinenschächte ablassen. Auch in den Schächten laufen die Vorbereitungen. Auf den inzwischen einbetonierten Saugrohren entstehen die Fundamente für die Maschinengruppen. Insgesamt werden in den Kavernen über 80.000 Kubikmeter Beton verbaut. Genug für ungefähr 700 Einfamilienhäuser. Eine Großbaustelle tief im Inneren des Berges. Zur Anbindung des Werks an das Stromnetz werden Hochspannungskabel durch den Zugangsstollen 1 zum Unterwerk in Tierfeth gelegt. Von hier entsteht eine neue 380 Kilowolt Freileitung durch das Lehntal. Die 17 Kilometer lange Leitung ist Teil des Schweizer Höchstspannungsnetzes. Für die Freileitung werden 53 neue Strommasten gebaut. Der Bau der bis zu 89 Meter hohen Masten ist aufwendig. In unwegsamem Gelände muss das Baumaterial mit dem Helikopter eingeflogen werden. Parallel zur Fertigstellung der Leitung beginnt im Tal der Transport der schweren Ausrüstung zu den Kavernen. Bauteile wie das Spiralgehäuse der Pumpturbinen sind für den Transport durch die normalen Stollen zu groß. Die mit 190 Tonnen schwersten Einzelstücke, die Maschinentransformatoren, sind mit der 30 Tonnen Bauseilbahn nicht zu bewältigen. Die großen und schweren Teile werden daher durch den nun fertiggestellten Zugangsstollen 1 direkt in die Kavernen transportiert. Extra für diese Teile wurde der Stollen so groß gebaut und mit einer 200 Tonnen Standseilbahn ausgerüstet. Die Maschinentransformatoren wandeln die Mittelspannung der Motorgeneratoren in verlustarm transportfähige Hochspannung. In der gasisolierten Schaltanlage können die vier Transformatoren unterschiedlich auf die ins Tal führenden Leitungen geschaltet werden. Nun beginnt der Einbau der Maschinengruppen. Die Spiralgehäuse müssen die gigantischen Kräfte des Wassers aus den Druckschächten aufnehmen und werden vollständig einbetoniert. Genau hier wird später das Laufrad der Pumpturbine rotieren. Die vier Maschinengruppen entstehen zeitversetzt. Während in Schacht 2 das Betonieren vorbereitet wird, ist in Schacht 1 bereits das Fundament des Traglagers der Turbinen- und Generatorenwelle eingebaut. Parallel zum Ausbau der Maschinenschächte entstehen die beweglichen Teile der Motorgeneratoren, die Rotoren. Mit etwa 330 Tonnen Gewicht sind sie selbst für die Standseilbahn zu schwer und müssen in der Kaverne zusammengebaut werden. Gleichzeitig wird der unbewegliche Teil der Motorgeneratoren, der Stator, über der Pumpturbine in den Maschinenschacht eingebaut. Schließlich wird der Rotor in den Stator eingesetzt. Im Betrieb wird er sich ungefähr achtmal in der Sekunde im Stator drehen und dabei die Leistung von etwa 3000 Pkw entwickeln können. Im November 2015 sind die ersten zwei Maschinengruppen fertig montiert und die erste Gruppe ist erfolgreich mit dem Stromnetz synchronisiert. Die Rotoren für die Maschinengruppen 3 und 4 sind in Arbeit. Sie werden 2016 eingebaut. Zeitgleich mit dem Bau der Kavernen begann auch der Bau der Druckschächte in Richtung Mutzsee. Die Schächte wurden nacheinander von Startkavernen aus von einer Tunnelbohrmaschine erstellt. Sie haben eine Steigung von 40 Grad und enden in der 600 Meter Höhe gelegenen Schieberkammer. Hier entstanden auch der sogenannte Oberwasserdruckstollen und das Wasserschloss, eine oben offene Steigleitung zum Druckausgleich im Stollensystem. Von der Schieberkammer aus werden in die Druckschächte über temporäre Schienen die Stahlrohre zur Panzerung der Schächte eingebaut. Anlieferung und Einbau der Rohre sind extrem aufwendig. Erst im Schacht werden die Stücke zu einem Rohr zusammengeschmeißt. Der Einbau von insgesamt zwei Kilometern Panzerung dauert rund drei Jahre. Der Oberwasserdruckstollen verbindet die Schieberkammer mit dem Mutzsee. Der Stollen ist mit acht Metern Durchmesser so groß wie ein Straßentunnel. Die Stollenwände wurden mit einem versetzbaren Schalwagen betoniert. Am Portal des Stollens entstand 2012 und 2013 das Ein- und Auslaufbauwerk Mutzsee. Das fertige Bauwerk beeindruckt mit seiner funktionalen Ästhetik und es ist fast schade, dass es zukünftig unter Wasser stehen wird. 2015 wird das noch geschlossene Bauwerk geöffnet und das Wasser wird durch den Oberwasserdruckstollen zu den Turbinen fließen. Bei der Kavernenzentrale entstanden die beiden Unterwasserdruckstollen zum Stausee-Limmernboden. Damit sind alle Stollen und Schächte des Triebwassersystems fertiggestellt. Für den Bau der Ein- und Auslassbauwerke wurde der Limmannsee fast vollständig entleert. Durch die beiden Bauwerke werden bis zu 200 Kubikmeter Wasser pro Sekunde fließen. Die Formgebung der Bauten soll bremsende Verwirbelungen im Wasser minimieren. Oberhalb des normalerweise gefüllten Sees liegt das Ochsenstäfeli. Das Ochsenstäfeli ist ein Materialumschlagsplatz mit Kies-Silos und Brecheranlage. Das Ausbruchsmaterial aus den Kavernen wird hier aufbereitet, deponiert und später zum Bau der Stauanlage Mutzsee weitertransportiert. Da im Winter mit großen Schneemengen gerechnet werden muss, sind die festen Gebäude und die Seilbahn durch einen Damm vor Lawinen geschützt. Das Ausbruchsmaterial und alle Baumaschinen, die zur Muttenalp müssen, werden von hier aus mit der Bauseilbahn 2 transportiert. Die Seilbahn trägt bis zu 30 Tonnen. Die Bauseilbahn 2 führt zur Baustelle der Stauanlage Mutzsee auf der 2500 Meter hoch gelegenen Mutznalp. In dieser Höhe kann nur im Sommer gebaut werden. Die Staumauer entsteht aus 68 je 15 Meter breiten Blöcken. Die gesamte Mauer wird in drei Sommern gebaut. Sie ist rund 1000 Meter lang und bis zu 36 Meter hoch. Im späteren Betrieb wird der Mutzsee um maximal 30 Meter aufgestaut. Das Fassungsvermögen des Sees wird damit etwa verdreifacht. Vor Baubeginn wurde die Baustelle eingerichtet. Die Bereitstellung der benötigten Baugeräte, Materialien und Mannschaften für eine Großbaustelle im Hochgebirge ist eine extreme logistische Herausforderung. Bis zu 150 Bauleute wohnen im eigens errichteten Camp bei der Baustelle. Die Arbeit auf dem Berg ist halt. Dafür ist die Aussicht bei der Mittagspause grandios. Das gesamte Baumaterial wird per Seilbahn auf den Berg transportiert. Eine hochmoderne Betonfabrik erzeugt den Beton für die Staumauer vor Ort. 2012 ist ungefähr ein Viertel der Mauer im Bau und man kann die Größe des späteren Bauwerks erahnen. Im Sommer 2013 wurde der gegenüberliegende Mauerteil gebaut. Hier entstehen die höchsten Blöcke. Die Blöcke werden in drei Meter hohen Betonieretappen erstellt. Das Betonieren einer Etappe dauert bis zu zwölf Stunden. Ende 2013 sind etwa zwei Drittel der Mauer gebaut. Im November 2015 ist die längste Staumauer der Schweiz und die höchstgelegene Europas fertig. Sie ist mit einer begehbaren Mauerkrone und hochempfindlichen Überwachungsgeräten ausgestattet. Im Sommer 2016 wird der Muttssee erstmals aufgestaut. Die Bauinstallationen wurden vorher rückgebaut. Mit ihren klaren Linien bildet die neue Mauer einen interessanten Kontrast zur rauen Hochgebirgslandschaft. Im Sommer 2017 wird auch die Bauseilbahn verschwunden sein und die Mauer wird alleine auf der Muttenalp stehen und Wasser für die Stromgewinnung zurückhalten. Die ersten zwei Maschinengruppen sind erfolgreich mit dem Stromnetz synchronisiert. Die anderen Gruppen folgen im Jahr 2017. Das neue, leistungsfähige Pumpspeicherwerk Limmern wird einen wichtigen Beitrag zur Netzstabilität und damit zur Versorgungssicherheit in der Schweiz und in Europa leisten. Die ersten drei Maschinengruppen sind erfolgreich mit dem Stromnetz-Geräusche.